Thomas Tranströmer Espresso Das schwarze Kaffee auf der Terrasse mit Stühlen und Tischen prächtig wie Insekten. Es sind kostbare, aufgefangene Tropfen, gefüllt mit der gleichen Kraft wie Ja und Nein. Er wird aus dunklen Cafés hinausgetragen und blickt in die Sonne, ohne zu blinseln. Im Tageslicht ein Punkt von wohltuendem Schwarz. Im Tageslicht ein Punkt von wohltuendem Schwarz.